3. August, Schär, Neuenburger See. Gassirunde mit Gerda und Fynn. Wir laufen jetzt zum Neuenburger See und machen da eine schöne Runde. Da sind sie. Da vorne ist vielleicht der Hafen. Ja, wo laufen sie denn? Das ist normal. Der Hund läuft gerne auf drei Beinen. Für was hast du ein viertes Bein? Hallo Gerda. Für was hat er ein viertes Bein? Ja, das fragen wir uns öfters. Meinst du aber halt ins Wassermark? Schau mal, da ist der Hafen. Komm. Komm. Da hat es noch von der Verwüstung ganz viel Laub. Tja, wer geht jetzt dann mit wem, gell? Ja, das ist immer die große Drafen. Der hat den Vater bei der Fynn, der hat doch raus. Ja, dann. Dann hast du zufrieden. Der geht so schon mit einem, wenn er es eilig hat. Tja, die Leute warten jetzt auf den See, gell? Und den gehen wir euch nicht. Wir wissen ja, wie es aussieht. Wir wissen ja, wie es aussieht. So, Hafen habt ihr jetzt genug gesehen. Später mehr vom See.